Wüstenwelt Alter ist das beschissen zu kontrollieren Das ist mega scheiße zu kontrollieren Also jo in dem Bosskampf, also dann rip Jetzt ohne scheiße, oh hier Bonus Bonus Stage, oh? Jo Get the treasure, oh Höh Höh Ach das haut ab Jep Oh das Ding haut ab Gut und den zweiten Schatz Wirklich Also ganz ehrlich die Steuerung ist Pfff Ich renne einfach, ich renne einfach, ich renne einfach Ich renne einfach Gut, da können ich noch einige Punkte damit Nicht die Akküler, ne? Aber anscheinend hat er unendlich Luft Anders als Sonic hat er irgendwo Und ich lass mich von denen ernsthaft treffen, man Kommen wir irgendwo renne Kommen wir irgendwo renne Oh das muss man in den Tiefen Das finde ich gut, denn umso tiefer du kommst das Wasser Umso dunkler wird Oh herrlich, das ist wichtig, dass ich den Stern kriege Tadeus Halt Oh fuck Vorsicht Höh Mann Oh Scheiße Oh Noch ein Continue, ey Und danach, ich will ja nicht im Oberieren Danach muss man schon Rewinden, ja Geht den Janus Das muss ich hier wohl komplett von vorne holen Pfff, ja Warte Ich schätze mal, dass man mit dem Müller von vorne muss Warte, ich schätze mal, dass man mit dem Müller von vorne muss Die Bonuswelt würde ich aber trotzdem gerne nochmal wieder machen Kann ich eigentlich Wenn das abhaut in jenseitze Richtung Das kommt doch hier ja lang, oder? Ah, ich bin halt nicht so dumm Und krieg's nicht mal, ey Oh Braucht du nie einen Aschle Nein Ah, es kommt die Scheiße Wenn, wenn, wenn sie Wenn sie einen, Wenson, ein extra Leben geben würden Wenn ihr irgendwie eine bestimmte Punktzahl erreichst Oh nein Oder ein Continue, Wenson Ich muss doch mit Sicherheit auch irgendwie Continue sieben Ja, lass mich jetzt schön in Ruhe Oh, der macht ja Elektro! Der kann mich nicht erwischen. Was ist denn da für ein Scheißvieh, ey? Jetzt steigt es und sinkt es wohl so ständig, ey. Oh, können wir auch hier aufpassen. Da drüber. So, ich habe so ein komisches Vieh, was ihn verfolgt kommt jetzt nicht noch mal. Gib mir doch mal Leben, oder? Oh, jetzt kommt schon ein Stachel. So eine Passage auch noch. So, den haben wir gleich erledigt. Was muss ich erwarten? Oder? Ne. Warte, bis der seinen Blitz macht. Maaan! Oh, die Steuerung hier ist aber auch immer schwammig wie sonst was, ey. Boah. Jetzt könnte auch mal das Ziel kommen. So, die Dinger drauf. So, ein paar Punkte sammeln. Ach komm schon, ey. Stern. Was ist hier? Was ist denn jetzt da? Oh, ne Hypers. Was? Oh. Ach. Jetzt muss ich drauf achten, wo die... Viecher hier kommen. Oh, fucky. Ich muss drauf achten, wo die Viecher hier kommen. So, wie viel noch, gell? Das war's. Zieh, zieh, zieh. Halt, Moment noch. Ne, ist ja schnell. Boah. Oh, ne. Was ist denn der Tor jetzt hier schon? Ey, warum macht der denn noch... Ich lasse ihn noch falschlos, ey. Mann, spring doch nicht mal... Links, Mann. Ah, wo soll's tausend immerhin? Das war schon ein Genartes Lost Palace Der verlorene Palast Ich bin froh wenn Wasser jetzt vorbei ist Hatten die komischen Fischer die ihm verfolgen sind Was ist das jetzt? Was ist das jetzt? Was ist das jetzt? Ach so dieses Teil macht die! Warte mal, kann ich das jetzt auch lang? Das ist bestimmt ein Geheimnis Oh naja immerhin Ey wenn du spielst du auf jeden Fall nicht zu schnell machen kannst du es vergessen Das ist die komische, das Viehwler finde ich Die Statue Das blaue Teil da, wo ist das? Hä, nicht da Ganz ruhig Muss aber irgendwo sind Da oben Ah jetzt muss man jetzt so eine, das ist auch kreativ So eine Teile finden Um überhaupt weiter zu kommen Oh die hab ich jetzt noch mal nicht gesehen Was muss ich? Was muss ich? Da muss ich mal festhalten bis der Wind vorbei ist Gut Jetzt hier runter wahrscheinlich Was muss ich mal festhalten? Ufff Ufff Los 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 Wirklich 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 Jetzt sind wir nach oben Am besten die besiegen, solange sie noch nicht im Wasser sind So So Genau das war gut Wenn sie im Wasser wären, wären sie ein bisschen Gefährlich Oh jetzt ist wohl so ein So ein Teil Was wird mir so sehr Was ist ja Te male Auch 速 hurt Ich bin viel Es Ich bin Ich bin ən Gott Ich bin Das war klar, ne, ist reinig jetzt, das muss ich ja sicher sein. Also ich muss nicht noch mal, ich muss jetzt... Mann. Ich bin mit Sicherheit kurz zum Ziel, ey. Zwei Sterne, da kommt doch jetzt irgendwas. Schon wieder sowas? Ja. Schon wieder sowas mit dem Wind. Boah, der ist wohl knapp jetzt. Noch kaputt? Oh. Schon wieder so ein Scheißvieh. Das ist ja auch mit Wind jetzt so. So. Man darf das Vieh, glaub ich, keine Zeit lassen. Immer angreifen wie sonst was. Was ist denn das jetzt? Oh, du blödes Mistvieh. Das war's hier, aber ich würde ja trotzdem ja noch mal hier hinten gucken. Wenn ich hab hier vier Steine, dann kann ich, kann ich ja ruhig machen. Was ist denn das eh? Okay. Man kann doch... Warte mal. Komm, wenn da ne Schnitz sind. Da ist doch mit Sicherheit irgendwas, das würd ich probieren. Das würde ich ja auch. So, das stimmt. Oh, ich habe ja noch mal hier. Oh. Warte mal hier, komm. Warte mal hier, dann meine ich doch mal hierальное. Und diese komische Sternen nicht wäre da. Ach, ja. Du brauchst da was. Wenn ich mal... Ach, das schlafe ich, komm. Mann, nein, warum springst du denn in so eine Scheiße? Komm. Jo, ist das das Bonuswetter? Jo, Bonus 2, 2. Ach, das ist immer das. Ach, du liebe Hütte. Ach, du liebe Hütte, das wird schwierig. Wo? Das war gut. Also, das war perfekt, Junge. Mit dem ersten Ding perfekt an eine Kante gekommen. Also, und Scheiß, das war sehr gut. Jetzt war ich mal gut getroffen, Mann. Er kommt aber mal hier in den Banden zu. Ich weiß noch nicht, wie wir den perfekten Mann sind. Ich weiß noch nicht, ob das volle Pulle machen darfst. Ach, leck mich doch im Arsch. Ja, das krieg ich nie richtig hin, ey. Boss-Werlower. Hm. Oh, was. Oh, satt. Attack. So, Scheiße, was kommt denn jetzt? Äh, Hilfe? Er kommt jetzt. Oh, ja, er ist schon ausgebrochen. Ein Hai, oder? Oder so? Muss ich jetzt ein Hammer-Hai? Muss ich jetzt schon Klöpse ziehen jetzt, oder? Wahrscheinlich, ja? Was soll ich denn machen? Wenn ich wüsste, was ich machen soll. Ah. Ich muss versuchen, den zu treffen, damit das Wasser sinkt. Zweimal noch, anscheinend, oder? Ja. Das macht doch bestimmt, oder? Ich hab noch. Ach, fuck. Aus... Aus geht. Was ist das? Ne, jetzt hab ich auch nicht hin. Also, wenn du so schnell machst, muss ich ausweichen. Was macht er das hier? Mann! Was tut das wohl? Uff! Willst du denn da ausweichen? Also, bei 0 mach ich, war ich... Ich will nicht gehen hoch, ey, ganz ehrlich. Ne, ey, was soll denn das? Ich bin doch... Leck mich, ey, ganz ehrlich. Ich muss ein bisschen hier hoch und so, ja. Das ist scheiß Vieh, ey. Was ist denn eine neue Attacke, Alter? Müssen wir euch im richtigen Moment greifen. Das wird immer enger, Alter. Ich geh nicht gehen, aber ganz riesen. Soll ich auch mal hin? Wir hüten ausweichen, Mann! Soll du, Mistvieh! Alter! Soll ich auch mal hin, wenn ich mal ein Rewind hier mache, habe ich keinen Bock, gehen wir auch zu gehen. Ich weiß noch nicht, ob ich noch ein Continuum habe. Oh, wie hüten wir auch mal an der Tore schafft. Unbelievable! Kriege ich dafür, wenn es mal ein Continuum? Nee, natürlich nicht. Ich denke mal, wir kriegen immer in einem Part einen Planet unter.